Yo Leute, um kurz zu einer weiteren Folge auf dem Kanal. Heute ist mal wieder ein kleines News-Video für euch und ja, wenn euch das Video gefällt, lasst euch ein Like, eine Postenwertung und ein Abo da Leute und sonst wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Let's go! Wie schon gesagt haben wir heute wieder nur zwei News, also ein etwas kürzeres Video, aber ich glaube die News sind wirklich relativ interessant für euch und ja, sonst beginnen wir mit der ersten News und zwar geht es hier um den Blockbuster-Contest Leute, um den Blockbuster-Wettbewerb. Viele kennen ihn vielleicht schon, viele haben ihn vielleicht schon in-game gesehen bei der News-Anzeige und viele haben es vielleicht noch nicht mal gehört und zwar geht es hier um ja, einen Contest, also um einen Wettbewerb, in dem ein Fortnite-Film macht und ihr diesen einschickt. Im Allgemeinen müsst ihr mit dem Replay-System arbeiten, das heißt Epic Games möchte, dass ihr euch mit dem Replay-System vertraut macht und dann ein Skript schreibt, Skript ist natürlich nicht notwendig, aber meistens sehr vorteilhaft und dann einen Film dreht. Diesen Film könnt ihr dann einschicken und ja, dann könnt ihr natürlich gewinnen. Der Contest, also der Wettbewerb hat schon am 2. Juli gestartet, also schon vier Tage sind vergangen und endet am 11. Juli, also am 11. Juli ist der einzelne Schluss. Am 24. Juli werden dann sechs Gewinner ausgewählt Leute, beziehungsweise fünf Finalisten und einen Grand-Price-Winner Leute. Das ist wirklich sehr, sehr interessant und zwar bekommen die fünf Finalisten 10.000 V-Bucks, also 100 Euro in Fortnite und der Grand-Price-Winner bekommt 25 V-Bucks, ein Poster von seinem Film Ingame und sein Film wird in Risky Reels auf der noch kaputten Leinwand, ja, vorgetragen, also vorgespielt. Dieser Film ist relativ nice, dann kann man das schon anschauen. Ist sehr, sehr interessant und ja, noch eine wichtige Sache. Ich werde auf jeden Fall die ganzen Seiten von Epic Games, von diesem Contest euch in die Videobeschreibung packen, falls ihr da mit dem Teil machen wollt und falls ihr die Regeln wissen wollt und so weiter Leute. Und ja, auf jeden Fall noch ganz wichtig ist, dass ihr keine Copyrighted Music verwenden dürft. YouTube bietet da ja auch deren Audiobibliothek, wo ihr Non-Copyrighted Music hier nutzen könnt. Und ja, sonst wie schon gesagt, alle Links zu dem Contest sind in der Videobeschreibung, falls ihr da wirklich teilnehmen wollt. Und ja, falls ihr schon teilgenommen habt, wünsche ich euch viel Glück bei dem Contest. Und ja, das war es einfach mal mit dem Blockbuster-Contest bzw. dem Blockbuster-Wettbewerb und dann kommen wir gleich mal zur zweiten News. Und ja, die zweite News ist fast noch interessanter als die erste Leute und zwar geht es hier um den Playground-Mode, ob es hier auf Deutsch Spielwiese-Modus. Viele lieben diesen Spielwiese-Modus, ich mag ihn auch sehr gern und es ist wahrscheinlich einer der beliebtesten Spielwiese, die jetzt gerade in Fortnite waren. Und dieser Spielwiese-Modus ist aber ein LTM, also ein Limited-Time-Mode. Und es wurde jetzt bekannt gegeben, dass der am 12. Juli, also genau in sechs Tagen, am Ende der Season 4, wieder rausgenommen wird. Das ist natürlich eigentlich relativ schade, weil der Spielwiese-Modus wirklich geil ist, man kann wirklich alles austesten, man kann Spaß haben mit seinen Freunden, man kann alles bauen, was man möchte. Das ist halt wirklich schade. Aber Leute, vorgestern hat nämlich Fortnite auf deren Twitch-Channel eine Nachricht gestreben und zwar geht es in der Nachricht darum, dass sie derzeit an einer Version arbeiten, also an einer Playground-Version, die fix in Fortnite reinkommen wird. Das ist wirklich eine geile Nachricht. Zudem hat Fortnite gestern noch auf Reddit eine Nachricht verfasst und zwar geht es in dieser Nachricht eben um diesen Playground-LTM. Und dass sie einiges bis zur finalen Version, also die Vision, die dann fix wird, ändern möchten. Und zwar wollen sie ein 1-1-2-2-2-Modi einbauen, dass man sich wirklich bellen kann in diesem Modus. Sie wollen natürlich auch das Aim-Assist für die Controllers wieder reinbringen, das derzeit noch nicht vorhanden ist. Zudem wollen sie das Editing, also das Editieren von Gegenspielern verhindern, derzeit ist ja noch nicht möglich, weil man nur provisorisch gegeneinander kämpfen kann. Sie wollen natürlich auch, dass Fallen besser und korrekter Gegner treffen, dabei ist das auch noch nicht der Fall. Es sind meistens ein bisschen Bucky drauf und sie wollen auf jeden Fall hinzufügen, dass man mit der Spitzhacke Damage verursacht. Das ist auch gerade noch nicht der Fall, man kann ja nur mit Waffen, es sind hier Explosionswaffen und Granaten und so weiter. Da ist auf jeden Fall alles außerhalb der Spitzhacke Schaden verursachen, das ist natürlich schade. Und ja, das waren auf jeden Fall die Sachen, die auch noch Fortnite hinzufügen möchte. Ob dann wirklich alles umgesetzt wird, ist eine Frage und wird sich dann erst in einem Monatzecke herausstellen. Derzeit ist aber noch kein Release-Datum für den fixen Playground-Modus vorhanden. Und ja, ich kann auf jeden Fall euch auf dem Laufenden halten, falls dann neue Nachrichten zu diesem Modus rauskommen. Wie schon gesagt, am 12. Juli, also am Ende dieser Season 4, wird dieser Spielmodus aus dem Spiel genommen. Also zockt ihn noch ein bisschen, macht Spaß mit euren Freunden, baut was ihr wollen wollt. Und auch die Replays sollten dann ab dem 12. glaube ich auch wieder verschwinden. Das ist noch ein bisschen unklar, aber nur vorgewarnt. Und ja, auf jeden Fall war es das mit diesem News-Video. Wie schon gesagt, war ein bisschen kurz, aber ich hoffe, ihr könnt viel von diesem Video mitnehmen. Und ja, sonst, ich hoffe, euch würde es gefallen. Lasst euch jetzt nochmal einen Like, eine Postwertung und ein Abo da, Leute. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, Leute. Habt Spaß und ja, kämpft nicht ein bisschen, sondern geht raus und kämpft. Euer Cesar. Haut rein. Ciao. Euer Cesar.